ja moin zusammen ich bin wieder da haben so und heute bin ich wieder ob ja wir sind dem ganzen rätsel hier jetzt schon einen schritt weiter gekommen ich gehe jetzt wieder zurück und hol das eine mobile schweißgerät hier rüber ach so weit im moment näher ran oder was wieso geht das jetzt nicht und abreisen er geht sehr gut jetzt so dass wir das 20 minuten das man auf der anderen seite na wie das mal was so passt jetzt muss ich mal sehen dass ich meine was ist denn hier ist hier seit sich vor mir eine spinne ab kommt die dann hier ich habe noch vor vier wochen es gesagt so was ja den schweißbranner suchen wo komme ich hier drauf so wo ist das teil ich weiß dass mich gut den hingestellter vom letzten mal hier so nicht wo muss ich da denn jetzt noch hin wo war es noch hier war das so das ist hier bei dem schild da unten da muss ich finde ich nie wieder Wo steht denn das Das muss ich ja bloß irgendwie hinkommen So wie war das noch So wie war das noch So weit ist das eigentlich gar nicht So Bin ich hier schon richtig Bin ich Jetzt bin ich hier gespannt So Yo So Oh warte mal Das ist ja scheiße Ich sehe ja gar nicht wo ich hinschieße Oder habe ich den jetzt schon zu Ende gerötet Weiter komme ich hier auch ja nicht Uh-huh So Oh vielleicht Okay Yep Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, jetzt muss er wieder laden und laden Gut, dann fang ich jetzt mal wieder raus hier Und dann lasse ich die Kiste hier mal stehen Ich habe so das Gefühl, ich brauche das Ding noch einfach So, abschalten das Teil Abschalten Und aussteigen So Und dann gehen wir jetzt mal zurück Und gucken, was sich da getan hat Und dann gehen wir jetzt mal wieder So Und dann gehen wir jetzt mal wieder Jetzt weht hier ein laues Lüftchen Richtig frisch Ist hier jetzt was, wo ich hin kann? Ich gehe nochmal wieder nach oben hin Was ist hier? Bin ich hier schon mal gewesen? Was ist hier denn? Da Da ist das Pendel Was ich schon mal angeschmissen habe Ach nee, hier bin ich hergekommen Uh-huh Hier, was ist da? Ist das der Baum da? Ist das der Baum da? Nee Warte mal Ich versuche nicht Das ist der Baum Wie kann man hier nicht mehr? Da ist doch noch ein Gang! Sind wir da hergekommen oder? Das ist schon mal so. Äähähäh! So, wo geht's da denn hin? Aber ich glaub, da sind wir von Anfang an nicht... Vom Anfang ja hergekommen, ne? Joa. Okay. Das muss ich jetzt nicht sehen. Das lässt mir eben keine Ruhe. Was ist das für ein Hebel? Toll. Jetzt stehe ich hier und singe, kommen Sie von da und fern. Da hinten ist doch nicht dicht. Aber vielleicht vertue ich mich da. Okay. Okay. Nee, das war ja der Einige. Aber jetzt werde ich hier noch mal gucken. Ich muss hier passieren. Passiert nichts. Passiert auch nichts. Okay, dann bin ich hier in der Saftkasse. So, dann war das falsch. Dann habe ich hier falsch gedacht. Okay. 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 Jetzt hat sich mein Spiel aufgehängt. Hallo? Vielleicht kommt wieder fataler Error. Boah. Ja, hier steht es. Ja, das ist ja merkwürdig. Ja, wenn ihr dann wissen wollt, wie es weitergeht, es ist doch an der Zeit, dann schaut doch doch einfach den nächsten Teil an. Bis dahin. Winke. Warum geht es nicht weiter? Ja, das war ja. Okay, ich habe es eine Frage. Das war ja. Untertitelung des ZDF, 2020